Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren an den Fernsehschirm und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotter Trefft. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und wenn ich Ihnen sage, das ist ein Gast, der für eine lange Zeit die zweithöchste Position in diesem Staat bekleidet hat, dann würde jeder von Ihnen erstmal denken, kann nun als Kanzler sein oder die Kanzlerin, weil die protokollarische Frage doch wenigen bewusst ist. Und jetzt werden viele von Ihnen wissen, wer das sein kann und damit stelle ich jetzt mal mit besonderer Freude Professor Norbert Lammert Ihnen vor. Das war der Bundestagspräsident, ich glaube über drei Legislaturperioden und ich glaube, jeder war irgendwie bekannt geworden. Herr Professor, Sie sind ja, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, in Bochum, in Ihrer Heimatstadt aufgewachsen. Ihr Vater war Bäcker-Innungsmeister und war Stadtrat. War das die Motivation, in die Politik zu gehen? Die Motivation vermutlich nicht, aber dass es dazu beigetragen hat, mich relativ früh und wahrscheinlich auch früher als manche andere Gleichaltrige, auch mit politischen Themen befasst zu werden und sie mal mehr und mal weniger spannend zu finden, das glaube ich schon. Die Motivation in einem anspruchsvolleren Wortsinn ist dann doch erst in der späteren Schulzeit dann allerdings ziemlich rapide und konzentriert erfolgt. Das heißt, Sie waren auch Funktionär in der Schule, also Schülersprecher oder ähnliches alles durch alle... Ständiger Klassensprecher, das ist wahr, an der beabsichtigten Kandidatur als Schulsprecher gehindert durch die damalige kurzfristige Ansage von zwei Kurzschuljahren, die beides dann glücklicher oder unglücklicherweise zugleich die beiden letzten Schuljahre vor dem Abitur waren, sodass sich solche Kapriolen für zusätzliche unnötige Funktionen erübrigten. Ah ja, und dann hieß es Studium, dann haben Sie ja promoviert, Politik studiert und promoviert in diesem Sektor. Und ab wann zogen Sie in den Bundestag? Das war ja Ihr erstes... Nein, Sie waren früher Ausstattrat in Bochum und dann von dort aus in den Bundestag. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, wobei es von hinten betrachtet ja immer sehr geradlinig aussieht. Nach meiner eigenen Erinnerung war das schon ein bisschen komplizierter. Gerade in den letzten beiden Schuljahren hatte ich mal die beinahe übermütige Vorstellung, Musik zu studieren und Musiker zu werden. Habe rechtzeitig begriffen, dass das sicher nichts werden würde. Und dann tatsächlich mich selbst gefragt, was außer Musik und Literatur interessiert dich denn sonst in ähnlicher Weise intensiv und nicht nur nebenbei. Und das war eben aus den angedeuteten Gründen relativ früh Politik. Deswegen habe ich mich entschlossen, Sozialwissenschaften zu studieren mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft und neuere Geschichte. Dass daraus ein politisches Mandat werden würde, war weder absehbar noch geplant. Ich habe mich lange auf beiden Seiten der Theke, also auf der analytischen oder auf der praktischen Seite durchaus vorstellen können. Hatte auch eine gewisse Neugier, einfach mal die andere Seite kennenzulernen. Und das hat dann eben doch in vergleichsweise frühen Jahren aus dem Stadtrat in Bochum, wo ich dann noch fünf Jahre mit meinem Vater zusammen, aber keineswegs immer einträchtig beisammengesessen habe, 1980 in den Bundestag geführt. Sie sind, um es dem Publikum nahenzulernen, CDU. Ihr Vater war wahrscheinlich auch CDU. Und da haben Sie sich intern immer harmonisiert. Ich war relativ schnell nach meiner Wahl in den Stadtrat der informelle Anführer einer Opposition innerhalb der eigenen Fraktion, die eigentlich hätte Opposition im Stadtrat sein müssen, diese Rolle aber nach meinem Verständnis nicht wahrnahm. Und das deutet auch den Konflikt an, den ich dann mit meinem Vater und der Mehrheit der Fraktionen in dieser Zeit doch ziemlich regelmäßig hatte, sodass die Freude über meine Wahl in den Deutschen Bundestag nirgends größer war als in der eigenen Ratsfraktion. Okay. Wann war das? Das war 1980 und die vorlaufende Zeit eben von 75 bis 80, ja. Nun sind Sie ja sicherlich unter den ganz wenigen, die so lange im Bundestag waren. Es gibt, glaube ich, höchste drei oder vier, die noch länger dem Bundestag angehört haben. Und ich glaube, in Ihrer Funktion als Parlamentspräsident sind Sie überhaupt der längst Amtierende. Nicht ganz. Nicht ganz. Ein paar Monate länger ist Eugen Gerstenmaier. Eugen Gerstenmaier, der zweite Bundestagspräsident. Im Amt gewesen. Eines der vielen Beispiele dafür, dass es am Ende doch weniger darauf ankommt, wie lange jemand ein Amt wahrgenommen hat, sondern wie vom Anfang bis zum Ende diese Amtszeit wahrgenommen wird und in Erinnerung bleibt. Ja, ja. Dann sind Sie ja fast zu einem Star geworden. Also im Bundestag haben Sie ja parteiübergreifend Zustimmung durch alle Legislaturperioden bekommen und gelten ja immer noch als bester Rätor, der dort angetreten ist. Und Ihre humorigen, ich sage mal, nicht Zwischenrufe oder Lenkungsschritte vom Präsidentenstuhl aus, sind ja auch inzwischen legendär. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht als Präsident? Die Frage kann ich gar nicht schlüssig beantworten. Ich denke schon, dass unter all den politischen Ämtern und Funktionen, die ich beinahe ja über ein halbes Jahrhundert wahrgenommen habe, kein anderes meinen eigenen Interessen, Neigungen, vielleicht auch Begabungen besser entsprochen hat als das Amt des Parlamentspräsidenten. Insofern ist mir die Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben leicht gefallen und ich habe sie in aller Regel, wenn auch nicht ausnahmslos, gerne und gelegentlich auch mit Vergnügen wahrgenommen. Aber das ist jetzt prinzipiell heftige Plenardebatten oder zähe Ältestenratssitzungen oder öffentliche, protokollarische Auftritte im In- oder Ausland wären, die mir in Anführungszeichen am meisten Spaß gemacht hätten. Das kann ich ernsthaft eigentlich nicht beantworten. Nun waren Sie zuvor, wenn ich das richtig im Kopf habe, in drei Staatssekretärspositionen. Die waren ja sehr unterschiedlich gelagert. Gibt es da eine Priorität, was Ihnen da... Ja, eigentlich auch weniger mit Blick auf die Ministerien als auf damit direkt oder indirekt verbundene Sonderaufgaben. Ich wurde ja zunächst von Helmut Kohl 1989 zu meiner eigenen Überraschung und auch mit begrenzter Begeisterung in das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft berufen. Wurde dann anschließend parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, wo ich gerne gleich angefangen hätte. Und mit dieser Funktion war dann nicht zwingend, aber einer inzwischen bestehenden Übung folgend, das Amt des Koordinators der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt verbunden. Dafür hatte ich, salopp formuliert, eigentlich keine fachlichen Voraussetzungen. Vielleicht aber auch gerade deshalb hat es mir tatsächlich sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen, wenn man sich durch diesen offensichtlichen Mangel an fachlicher Vorprägung auch gar nicht erst in der Versuchung befindet, mit den kompetenten Ingenieuren, Technikern, Managern, Flughafenchefs und anderen ausgewiesenen Experten konkurrieren zu wollen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich auch die Jobbeschreibung war, nämlich den Einfluss der Politik auf diese Branche zu koordinieren. Und dieser Einfluss findet ja statt über Forschungsministerium, über Finanzministerium, über Verteidigungsministerium, Bundeswehr, Verkehrsministerium mit der Zuständigkeit für Flughäfen. Also das ist eine Aufgabe, die mir damals tatsächlich viel Freude gemacht hat, auch wenn ich den größten Niederschlag meiner Laufbahn nie vergessen werde, dass nämlich am Abend meiner Ernennung, mein damals glaube ich 16 oder 17, Welcher der ersten Ernennung? zum Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, was ein paar Monate nach der Entsendung ins Wirtschaftsministerium durch Kabinettsbeschluss erfolgt ist. Mein damals 16 oder 17-jähriger Sohn, der aus mir unerfindlichen Gründen von Kindesbeinen an in alles, was fliegt, vernarrt war, mir erklärte, nun wisse er, was er von dieser Regierung zu halten habe, der Einzige in der Familie, der nachweislich keine Ahnung von diesen Geräten habe, der bekomme diesen Job. Wie konnten Sie sich dem massiven Vorwurf erwehren? Gar nicht. Ich hoffe, dass ich im Laufe der Amtzeit... Ich werde doch überzeugt sein, ja. Ja, die massiven Bedenken halbwegs selber ausräumen können. Wenn wir kurz die Familie mal beleuchten, Sie haben ja zwei eigene Kinder und zwei adoptierte Kinder und eine Lehrerin als Ehefrau. Nun sind Sie ja quasi von Anfang an einer Familiengeschehen fast nie zu Hause, weil Sie immer im Mandat waren. Oder hat das in irgendeiner Form in der Familie Konsequenzen gehabt, dass Sie sagen, meine Kinder haben mich zu wenig gesehen, haben sich beklagt oder meine Frau beklagt sich noch heute? Naja, also meine Frau hat mit einer zulässigen Übertreibung sich in entsprechenden Situationen gerne als alleinerziehende Mutter vorgestellt. Das kann man ihr jedenfalls nicht verübeln, weil es war mit Blick auf die Rechtslage falsch, mit Blick auf die tatsächliche Aufgabenverteilung, aber Realitätsnamen wahr. Ob den Kindern das geschadet hat, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich widerstehe jetzt auch tapfer der Versuchung, das genaue Gegenteil zu behaupten. Sie hätten davon enorm profitiert. Also ich glaube, dass halt jede Konstellation ihre Vorzüge und ihre Nachteile hat. Ich war ja auch nicht auf einem anderen Planeten. Und nachträglich empfinde ich es als Begünstigung meiner Biografie, dass die ersten 20 Jahre meiner Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag in Bonn stattgefunden haben. Und damit bei einem Parlamentsitz, den ich jeden Tag durch Pendeln erreichen konnte. Und ich bin tatsächlich auch 18 Jahre zwischen Bochum und Bonn täglich hin und her gependelt. Sodass man in den Jahren, in denen eben die Kinder aufwuchsen, nicht nur die berüchtigten Wochenendbesuche absolvierte, die ja dann auch nochmal durch Parteitage, Gewerkschaftskongresse, Jubiläumsveranstaltungen aller Art zusätzlich belegt sind. Nun haben Sie gerade Bonn und Ihre Nähe von Bochum angesprochen. Es regt sich dann der Verdacht, dass Ihre Entscheidung, die Sie ja damals gemacht haben, für Bonn statt Berlin als Regierungshauptstadt, aus dieser subjektiven Sicht begründet war. Oder gibt es da doch sicherlich noch rationale von Ihnen intensiver empfundene politische Gründe? Also ich springe jetzt mal auf die nächste, dann vielleicht auch gar nicht mehr notwendige Frage, dass ich rundum glücklich mit der Mehrheitsentscheidung des Bundestages bin, die damals anders getroffen wurde als mein eigenes Abstimmungsverhalten. Aber die beiden Gründe, die ich damals hatte, um für die Beibehaltung von Bonn als Sitz der Verfassungsinstitutionen zu stimmen, halte ich nach wie vor für vorzeigbar, auch wenn sich die Befürchtungen glücklicherweise nicht bestätigt haben. Die eine Befürchtung, die ich hatte, war, dass bei einem wiedervereinigten Deutschland, das vom Augenblick seiner Wiedervereinigung an, das mit Abstand größte Mitgliedsland in Europa sein, in der Europäischen Union sein würde, und einer wiederhergestellten Hauptstadt Berlin all die historischen Assoziationen wieder aufleben würden, die sich mit der unglücklichen und dann unseligen Zeit der Weimarer Republik und des anschließenden nationalsozialistischen Regimes verbinden. Und daraus ergab sich für mich die Besorgnis einer immensen Belastung dieses Vereinigungsprozesses und der Wahrnehmung der Rolle dieses vereinten neuen Deutschlands in einem zusammenwachsenden Europa. Und das Weite bezog sich auf die Rolle der Hauptstadt selbst. Bonn war eine übersichtliche, mittelgroße Residenzstadt am Rhein. Die mit den großen Metropolhauptstädten in Europa weder konkurrieren konnte, noch konkurrieren wollte. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Bonn für einen Konkurrenten von London oder Paris oder Rom oder Madrid zu halten. Für Berlin war klar, dass es sich sofort in genau dieser Wettbewerbslage befindet. Und auch das habe ich damals eher für ein Risiko, jedenfalls für ein größeres Risiko, als für eine Chance gehalten, weil nun in meiner Wahrnehmung und nicht nur in meiner Wahrnehmung die Bundesrepublik Deutschland unter Teilungsbedingungen von diesem auf Dauer gesetzten Understatement einer Bundeshauptstadt, die nicht konkurrierte mit den anderen europäischen Hauptstädten, sehr profitiert hatte. Aber nochmal, wenn ich das Ganze jetzt mit dem zeitlichen Abstand von gut 20 Jahren betrachte, muss ich sagen, beide Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt und es ist gut so, wie es gekommen ist. Damit haben Sie den Bogen zu Berlin dann doch sehr schön hergestellt. Die Berliner Philharmoniker, die hätten Sie in Bochum oder auch in der Nähe nicht gefunden. Hier haben Sie gesagt, Sie hätten gerne Musik studiert. Sie haben ja tatsächlich, und das hat mich sehr verblüfft, die Berliner Philharmoniker einmal dirigiert. War das ein Wunsch von Ihnen oder eine Einladung der Philharmoniker? Wie ist es dazu gekommen? Und Sie haben Sie ja respektiert. Sie haben mich erkundigt beim Philharmoniker. Also, tatsächlich ist das der gefühlte Höhepunkt meiner Biografie auch in dem Sinn, dass es zu den Ereignissen gehört, die weder planbar noch wiederholbar sind. Dazu gekommen ist es durch eine übermütige Auskunft in einem dieser unsäglichen Fragebögen, die man in mehr oder weniger absehbaren Abständen vorgelegt bekommt und freiwillig oder unfreiwillig beantwortet und einer spontanen Reaktion des Orchestervorstandes der Berliner Philharmoniker, mit dem ich natürlich eine relativ regelmäßige Beziehung hatte, weil ich vor meiner Wahl in das Präsidium des Deutschen Bundestages ja einige Jahre kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion war und deswegen natürlich mit bedeutenden Kulturinstitutionen regelmäßig zu tun hatte. Und als ich dann zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt wurde, hat mir ein großes Magazin in dem damals regelmäßig wöchentlich erscheinenden Fragebogen unter anderem eben auch die Frage gestellt, mit wem würden Sie gerne tauschen? Und dann habe ich in einem Anflug von Übermut erklärt mit Simon Wettel. Worauf mich am Tage darauf der Orchestervorstand der Berliner Philharmoniker anrief und sagte, man habe gerade den Fragebogen mit Interesse gelesen und fände das eine gute Idee. Am, weiß ich nicht, in 14 Tagen, drei Wochen oder vier Wochen sei der traditionelle Tag der offenen Tür der Berliner Philharmoniker, wo von morgens bis abends das Orchester in unterschiedlicher Besetzung unterschiedliche Werke aufführe und am Abend gäbe es immer ein großes symphonisches Abschlusskonzert und da habe man mal überlegt, ob die Zugabe, die dann absehbar immer fällig würde, nicht statt vom Chefdirigenten von mir dirigiert werden könnte. Und ich habe mit dem damals beinahe noch jugendlichen Leichtsinn sofort zugesagt, was wiederum bei Rückmeldung bei meiner Frau dazu geführt hat, dass sie mich spontan in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen wollte. Ohne mich auch zunächst nur mit der Frage beschäftigt zu haben, was da eigentlich dann vielleicht hätte dirigiert werden können oder sollen. Na gut, ich kürze das jetzt mal ab. Am Ende ist das jedenfalls ohne nachhaltige Rufschädigung für die Philharmoniker. Nein, ich weiß, dass die Philharmoniker Sie sehr akzeptiert haben. Verraten Sie uns, was haben Sie da dirigiert? Und das war dann auch ohne Vorbereitung, nicht ohne Proben. Doch, nein, nein, nein. Nachdem wir uns noch auch etwas hin und her darauf geeinigt hatten oder ich besser gesagt dem ultimativen Vorschlag der Philharmoniker zugestimmt hatte, einen ungarischen Tanz von Johannes Brahms als Zugabe zu machen, habe ich darauf bestanden, dass wir das proben. Das hielten die eigentlich für überflüssig nach dem Motto, Egal, wenn es die Regierung gibt. Da können Sie einem machen, was Sie wollen. Das kriegen wir schon geregelt. Ich habe gesagt, nein, nein, entweder habe ich selber auch den Eindruck, dass das vorzeigbar ist oder es findet nicht statt. Dann haben wir nach einer Probe für ein Hauptkonzert der Philharmoniker das zweimal durchgespielt und auch das wird zu den unauslöschlichen Erlebnissen gehören. Als wir das eben zum ersten Mal, diesen ungarischen Tanz durchgespielt haben und damit durch waren, habe ich dem Orchester gesagt, na ja, nach meinem Empfinden war das nicht schlecht, aber es war auch nicht wirklich gut. Es war für meinen Geschmack auch schlicht ein bisschen zu langsam. Worauf mir der Konzertmeister sagte, nach seinem Geschmack auch, aber man spiele schlicht das, was ich dirigierte. Und dann haben wir noch mal eine Passage daraus, unser zweites Mal vorgenommen und das hat offenkundig den Erfolg dann am Abend befördert. Aber Ihnen auch keine Träne gekostet zu sagen, ich hätte doch das mal machen sollen oder sowas, diese musikalische oder dirigistische Laufbahn. Will einer Ihre Kinder irgendwie in die Politik oder in die... Nein, nirgendwo, ja. Das ist aber nicht auch die Strenge oder das Abrasen des Familienoberhauptes, du sagst, mach das bloß nicht, sondern... Nein, also ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein spezifischer Effekt in der Politik ist. Ich glaube, dass jedenfalls besonders anspruchsvolle Berufe mit einer untypischen zeitlichen Inanspruchnahme, mit einer untypischen Inanspruchnahme von Wochenenden, also all dem, was man sich üblicherweise so auch als Familienleben vorstellt, auf die Kinder eine eher abschreckende als motivierende Wirkung haben. Und dass das eher dann zu der Orientierung wird, das mache ich ganz sicher nicht. Was jedenfalls mit Blick auf den eigenen Beruf prompt genau diese Folge hatte. während eine vergleichbar abschreckende Wirkung des Lehrerberufs meiner Frau nicht in gleicher Weise flächendeckend zu beobachten ist, denn eine unserer Töchter ist ihr prompt in dieser Profession gefeucht. Nun müsste man ja meinen, nach so einem langen Politikerleben sehen Sie sich auch nach dem Hohestand. Also mit Abschluss des Präsidentenamtes, was kann man mehr noch in diesem Staat erreichen? Aber nein, Sie sind in einen, Sie sind fast noch stärker fordernden, zeitlich fordernden Job hineingegangen, als Präsident heißt es, glaube ich, der Adenauer Stiftung. Was hat Sie da bewogen, in dieses Metier nochmal einzusteigen und das eher unendlich viel Zeit kostet? Ja, um beim letzten Punkt anzufangen, das habe ich aber stärker in der Hand. Also faktisch in den jetzt drei Jahren, in denen ich das wahrnehme, hat sich mein Terminkalender tatsächlich nicht wirklich verändert oder besser gesagt, er hat sich zwar verändert, aber im Volumen ist er nicht kleiner geworden. Aber im Unterschied zu einem Hauptamt wie dem oder denen, die ich viele Jahre und Jahrzehnte wahrgenommen habe, in denen sich aus der Funktion zwingend die Beteiligung an Veranstaltungen, Veranstaltungen, Gremien, Sitzungen aller Art und Verpflichtungen unterschiedlichsten Kalibers ergibt, ist die Funktion des Vorsitzenden, jedenfalls der Adenauer Stiftung, ein Ehrenamt, bei dem ich insofern das Ausmaß der eigenen Anspruchnahme doch sehr viel stärker in der Hand habe. Und solange ich mich geistig und körperlich gesund fühle, macht es mir natürlich auch Freude, an den Projekten ihrer Entwicklung, ihrer Umsetzung, ihrer Vermittlung mitzuwirken, die wir in der Planung und in der Umsetzung haben. Und was mich zugegebenermaßen auch selber motiviert hat, nach der Beendigung der aktiven politischen Laufbahn diese Funktion zu übernehmen, ist die deutlich stärkere Konzentration auf Grundsatzfragen. Also eine politische Stiftung muss sich nicht mit jeder Tagesaktualität, kann sich im Übrigen auch gar nicht mit jeder Tagesaktualität befassen, schon da nicht mit dem Anspruch auf Gründlichkeit und auf Konsequenz, die eigentlich solche Stiftungsprojekte kennzeichnen muss. Und die Konzentration auf Grundsatzfragen, auf gesellschaftliche Entwicklungen, die längerfristiger Natur sind, auf die Einbeziehung von internationalen Erfahrungen, deren Vermittlung in die eine und in die andere Richtung, das ist schon eine Perspektive gewesen, die mich in meiner aktiven politischen Zeit noch mehr motiviert hat, als Steuersätze oder Sozialversicherungsbeiträge. Sie haben ein Ziel nicht erreicht. Sie werden wissen, was ich jetzt gleich anspreche. Das ist die in der vergangenen Legislaturperiode besprochene Frage der Verkleinerung des Parlaments. Das weiß ich, dass das auch Ihr Ziel war. Wie sehen Sie da die Zukunft dieser Idee? Oder machen Sie sich selber einen Vorwurf? Warum habe ich das nicht geschafft? Einen Vorwurf kann ich mir da eigentlich nicht wirklich machen, weil ich nachweislich beinahe zum frühesten denkbaren Zeitpunkt, als das Problem nicht nur als theoretisches, sondern als praktisches Problem aufgetreten war, und dann nicht einmal mit der Empfehlung an andere, sich darum zu kümmern, sondern immer wieder mit einer gelegentlich bei einer penetranten Sturheit auf den Regelungs- und Veränderungsbedarf hingewiesen habe. Aber glücklicherweise und im konkreten Fall unglücklicherweise zugleich hat auch der Präsident des Deutschen Bundestages nur eine Stimme, die nicht reicht, die Veränderungen herbeizuführen, für die es eine Mehrheit im Bundestag braucht. Und ich hätte natürlich mit meiner damaligen Prognose gerne Unrecht behalten, dass wenn der vorletzte Bundestag das damals noch überschaubare Problem nicht regelt, der nächste, also dieser Bundestag, es noch schwerer haben wird, es zu regeln. Aber genau dieser Effekt ist erwartungsgemäß eingetreten, sodass wir uns jetzt in der doppelt ärgerlichen Situation befinden, ein seit Jahren offensichtliches, von niemandem bestrittenes Problem zu haben, von dem der Bundestag gleichzeitig erklärt, dass er es aber nicht lösen kann. Ja, das ist ein Phänomen, das mich auch beschäftigt. Und ich sehe nirgendwo wirkliche Lösungsansätze. Und vor allem, ich weiß auch nicht, ob eine höhere Kompromissbereitschaft der Parteien da überhaupt noch Luft bietet, um einen gangbaren Weg zu entwickeln. Letzte, etwas polemische Frage, wären Sie gern Bundespräsident geworden? Nein. Es gab ja eine Situation, in der es schwieriger war, es zu verhindern, als zu werden. Auch das, oder jedenfalls das, gehört zu den sorgfältig durchdachten Entscheidungen. Ich bin auch heute fest davon überzeugt, dass ich für das Amt eben doch nicht so gut geeignet gewesen wäre, wie hoffentlich für das andere Amt, das ich viele Jahre habe, wahrnehmen dürfe. Ja. Vielen Dank. Herr Professor Lambert, wir sind in den letzten anderthalb Minuten. Das war jetzt ein kleiner Ritt durch Ihre Visa und mit einem bisschen unterfüttert mit Ihren privaten und politischen Bemerkungen. Was wünschen Sie sich jetzt noch von Ihrer persönlichen Zukunft, vielleicht mit einem Satz? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich möglichst lange noch im Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte bleibe. und für das, was mich interessiert, eben auch die notwendige Verfassung habe. Kann ich nur sagen, okay, ich wünsche, dass es genau so läuft für Sie. Ich danke mich sehr, dass Sie die Zeit sich genommen haben, trotz Ihrer Aufgaben. Und das ist ja, was man jetzt so empfohlen hat, ist ja nur ein Bruchteil von dem, an wo Sie überall beteiligt sind. Man staunt ja, in welchen Organen, Vereinen, Verbänden überall der Name Lammert auftritt. Dass Sie sich Zeit genommen haben hier für die Sendung, finde ich sehr gut und bedanke mich sehr und wünsche Ihnen einfach für Ihren weitere Weg. Diese, vielleicht ein bisschen mehr Muße, das verbinde ich wahrscheinlich im Konzert mit Ihrer Frau, ein bisschen mehr Muße, aber die Kraft und die Zielstrebigkeit, der Sie Ihre Ziele verfolgt haben, dass Ihnen das auch weiterhin so gelingt. Vielen Dank, dass Sie da waren und schönen Gruß an die Familie, dass wir auch diese halbe Stunde in der Familie geraubt haben. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Meine Damen und Herren, das war mal eine politisch orientierte Sendung. Es läuft wieder ganz privat ab oder mit anderer Thematik. Vielen Dank, dass Sie hier zugeschaut haben und bleiben Sie der Sendung bitte treu. Vielen Dank. Und Ihnen auch nochmal vielen Dank.